Wir sehen dir in diesem kurzen Video, wie du mit Knockout-Zertifikaten short gehen kannst bei TradeRepublic. Dazu brauchst du natürlich einen Account, den kriegst du über den Link in der Videobeschreibung. Geld einzahlen und dann kannst du mit der Lupe nach einer Aktie suchen, die du shorten willst. Beispielsweise nehmen wir die Allianz, das ist jetzt keine Empfehlung, sondern nur ein Beispiel. Die ist jetzt stark gestiegen von einem Tag auf den anderen, deswegen gehen wir mal davon aus, dass sie auch wieder runterfällt. Rechts oben die drei Punkte, da kommst du auf Zeige Derivate und dann auf Knockout-Zertifikate. Und hier wählen wir dann Short, um auf fallende Kurse zu setzen, wählen unseren gewünschten Hebel aus, schauen, dass der Knockout möglichst weit vom aktuellen Kurs weg ist und idealerweise vielleicht eine Laufzeit, die beschränkt ist, damit man geringere Kosten hat. Dann können wir das kaufen, die Anzahl der Zertifikate festlegen. Und sehen dann hier die Kosten.